Yo Leute, Willkommen bei IT.com und RCK Service. Ich präsentiere euch eine neue Folge und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder ein Abo. Ich danke euch, ihr seid die Besten. Vielen Dank. Hallo Leute, ich bin Sila. So, jetzt habe ich den Zwischengrundlack fertig. Ihr seht es selbst. Es ist wirklich super geworden. Und das nur mit einmal. Und man sieht das Holz auch gar nicht mehr. Also ich würde euch empfehlen, diese Schummlerei zu machen, den weißen Lack zu nehmen und so drei, vier kleine Patzen schwarzem Lack rein tun. Und dann wird das leicht grau und dann deckt das auch super. Und man sieht das Holz nicht. Es ist gleichmäßig deckend. Ihr seht selbst, es ist gerade fertig geworden. Und jetzt muss das einmal trocknen, so zwölf Stunden sage ich einmal. Und dann kann man das beim nächsten Tag dann leicht anschleifen und dann wird zweimal schwarz lackiert. Und dazwischen einmal noch geschliffen und dann kommt erst der zweite schwarze Lack drauf und dann ist es wirklich fertig. Aber bis dorthin kommen noch weitere Videos. Das könnt ihr dann noch weiter ansehen, wenn ich das hochlade. Das mache ich sicher. Und ja, wenn euch das gefallen hat bisher, dann könnt ihr ein Like oder ein Abo lassen. Bis zum nächsten Mal.